Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch einen kleinen Mini-Schredder komplett selbst bauen könnt. Vielleicht ist dem einen oder anderen dieses Modell schon etwas bekannt. Ich habe vor einiger Zeit schon mal so einen Schredder gebaut. Jedoch ist diese Version hier nochmal ganz doll verbessert worden. Ich habe überall Kugellager verbaut, dass die Schredderräder nicht klemmen. Ich habe das Teil wesentlich stabiler gebaut. Ich habe auch nochmal die Passungen der Zahnräder angepasst. So, dass der Schredder wirklich ein komplettes Rundum-Upgrade gekriegt hat. Wenn ihr es selber nachbauen wollt, findet ihr die Detail an Sinkgewürz oder KULZ 3D. So, jetzt kommen wir zu den Teilen, die ihr dafür benötigt. Ihr braucht erstmal oben den Trichter. Dann habt ihr hier ein Körperteil. Dann gibt es noch so ein Teil, die dann aufeinander kommen. Ich nehme den Teil für die Kugellager, oben andersrum. Oben kommt der Trichter drauf. Und unten drunter braucht ihr noch einmal die Beine. Ich habe jetzt hier alles in schönem Gelb und Dunkelgrau gedruckt. Was ihr noch braucht, ist natürlich der Griff. Der Griff ist bei mir wieder aus dem Hellblau. Was ich jetzt wesentlich verbessert habe in diesem Modell ist, der Zusammenbau der ganzen Schredderräder. Und zwar ist das nicht mehr wie im letzten Modell ein Komplettteil, sondern ich habe diese diesmal aus einer einzelnen Welle gebaut. Und einzelnen Schredderrädern. Diese Räder werden sozusagen hier aufgesteckt. Das Ganze müsst ihr ein bisschen aufpressen mit dem Schraubstock oder so einer Presse. Extra straff gemacht, damit es wirklich kein Spiel hat. Ich habe die Schredderräder, weil das hier unten Sechskant ist, habe ich die immer so versetzt draufgesetzt. Und vorne und hinten kommt dann noch ein Kugellager drauf. Welches Kugellager ihr braucht, steht auch in der Projektbeschreibung, wie immer. So dass ihr das wirklich relativ einfach nachbauen könnt. Wie ihr seht, habe ich ja diese Welle schon etwas vorbereitet. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Aufpressen der Zahnräder. Aber das kriegen wir ohne Probleme hin. So, kurz Platz gemacht hier. Einmal eine große Presse hingestellt. Zahnräder. Und so wird das Ganze natürlich da eingepresst. So, Zahnrad ist drauf. Sitzt, wackelt und hört Luft. Wie man so schön sagt, nächstes Zahnrad. Genau, so rum. Passt. Und jetzt können wir auch gleich noch... Oh, das muss zum Schluss. Muss ich kurz gucken. Das ist auch einigermaßen gepasst. Und das kommt hier drüben hin und das da. Und das dorthin. Genau. Dann mache ich auf die Seite hier. So, drüben wir das zweite Teil. So, dann können wir das Ganze hier irgendwie so drauf fädeln. So, halten. Und schon haben wir das hier so drauf gepresst. Griff, Zahnrad, einzelne Räder, Kugellager. Und jetzt haben wir das Ganze hier schön als eine stabile Einheit. Also so schnell geht das auch nicht kaputt. Jetzt brauchen wir das Teil jetzt vorerst nicht mehr. So, muss man noch die ganzen Sachen zusammenschrauben. Können wir hier schon mal gucken. Oh, Zahnräder laufen auch sehr gut ineinander. Also geht wirklich sehr schön. Und auch leicht. Jetzt braucht es dieses Teil. Jetzt müssen wir jetzt gucken, dass das hier richtig rum drauf kommt. So. Das. Und jetzt braucht ihr Schrauben vom Typ M3. Und ungefähr mit einer Länge von 10 oder 12 Millimetern. Das Ganze schrauben wir hier. Die werden jetzt hier oben reingesteckt. Und dann wird das Ganze nach unten in den anderen Körper verschraubt. So. So. Fertig. Versuch zu drehen. Passt wunderbar. Es läuft wunderbar. Die Zahnräder ineinander. Perfekt. Und jetzt kommt der Deckel oben drauf. Ein bisschen draufklicken. Ich habe hier extra oben noch eine Kante reingemacht, sodass der wirklich schön drauf geht. Jetzt brauchen wir unsere vier Schrauben. Diesmal machen wir von hier oben das. Ups. Und drauf. Diesmal kann ich es sogar mit dem Akkuschrauber festbohren. Damit geht das Ganze noch etwas schneller. Macht eine geringe Stufe rein. Nicht, dass euch die Schrauben durchdrehen. Dann ist euer Gewinde sonst kaputt. Diesmal auf. Oder M3 Schrauben mal 10 oder 12. So etwas in der Richtung. Das hält auf jeden Fall ausreichend. So. Der Teil ist schon fertig. Als nächstes kommt der Fuß unten dran. Wird den Fuß einfach unten wieder draufstecken. Diesmal sind es nicht M3 Schrauben. Aufgrund der Größe nehmen wir jetzt ungefähr M2 mal 6. Die kann man erstmal hier alles so schön reinstecken. Und dann wird damit der Fuß sozusagen festgeschraubt. Das Ganze wäre wieder als Zeitrauber. Damit ihr jetzt nicht ewig lange da zuschauen müsst. First. So. Die Füße sind fest. So, damit das Ganze noch ein bisschen interessanter aussieht, habe ich mir noch einfallen lassen. Ihr könnt ja diese 2 mm Schaschlikstäbe oder Holzspieße oder wie ihr es nennen wollt. Diese habe ich jetzt, gibt es hier noch Löcher, da kann man die schön reinschieben. Und da habe ich jetzt noch einen so drinne und zwei so. Da sieht das Ganze noch mal optisch etwas interessanter aus. Und die schiebt man einfach hier rein. Das geht etwas straff. Wenn es zu straff gibt, kann man ja noch eine Zange mit dazu nehmen. So. Kann man das Ganze hier mit so einem kleinen Zange abschneiden. Das, was übersteht, haben wir schon mal das erste fertig. Da. Und jetzt kommen noch die zwei anderen von der Seite rein. noch dafür sorgen, dass die Dösche getroffen werden. So. Sitz. Abgeschnitten. Hier drüben ist die Seite. So. Und jetzt geht es richtig jetzt auch rein. So. So. Fertig. Fertig ist unser kleiner Schretter. Wie versprochen will ich euch jetzt zeigen, was man jetzt noch alles mit diesem Streiter machen kann. Also man könnte jetzt einmal ein Papier nehmen. Steckt das hier oben rein. Und dann hat der natürlich Hunger. Und frisst das einmal durch. So. So. Kann man das nochmal nehmen. Und dann geht das. Kann man das jetzt machen, bis das sozusagen klein gehäckselt ist. Kann man noch ein bisschen welches dazu nehmen. Alles oben einfach rein. Und das Papier geht schön durch. So. Jetzt haben wir eben den Papier häckseln, die wir da haben. Könnten wir auch jetzt hier kleine Holzspäne nehmen, die ich mir gemacht habe. So. Und jetzt hier so kleine Holzplatten. Kann man so mit der Kamera ein bisschen umstellen. So. So. Dann. So. Also selbst kleinere Holzstückchen kann man damit gut zerteilen. Damit haben wir schon unseren nächsten Stapel an Abfall, den wir damit zerkleinert haben. Und was man auch machen kann ist unseren beliebten Gummibären-Test. Gummibären rein, Schredder zerhäckselt. Jetzt mal ein etwas dickeres, großes Gummibären. Und selbst dann haben wir einmal ein Gummibärstückchen. Das können wir jetzt alles mehrfach durchmachen. Und dann hätten wir ganz viele Gummibär oder Holzhäcksel oder alles mögliche mit unserem Schredder. Hier nochmal als Überblick unser Testergebnis des heutigen Tests. Holz, Gummibären oder Papier, alles keine Probleme für unseren Schredder. Weil uns ja nach dem ganzen Kurbeln irgendwann mal die ganzen Finger wehtan, gibt es noch einen Adapter. Den kann man sich in seinen kleinen Po-Maschine oder Akkuschrauber einspannen. Festmachen. Das Teil hier vorne aufsetzen. Und schon wird das ganze Ding zur richtigen Häckselmaschine. So, günstig wäre aber noch, wenn man das Teil einfach ein bisschen festspannt. Aber das geht jetzt. Oh, man müsste natürlich noch die Begrenzung beim Akkuschrauber rausmachen. So, nochmal. Jetzt. Teile oben drauf.